was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von horizon forbidden west den dlc burning shows so meine friends wir machen jetzt hier weiter was jetzt mal stehen geblieben sind holz haben wir genug müssten der bärten dame hier folgen ich muss unsere wachen später waren diese maschine war sicher nicht die einzige ihrer art ich habe das gefühl dass jeden tag was neues versucht uns umzubringen das gefühl kenne ich so geht's hier hoch hier durch ich muss rüber schaffst du das was glaubst du weiter bin ich nicht gekommen ich habe keinen weg nach oben gefunden ich werde mich mal umschauen ah ok ja aber hier geht es nicht weiter hier ist doch zu ich muss wissen mit wem wir es zu tun haben es kann doch kein zufall sein dass er genau wie meine leute auf sternhöhe ist er heißt walter londra er ist ein sie mir sieht richtig gut aus was die quennen einen lebenden ahnen nennen würden ein lebender ahne aber dann lebt er ja schon seit jahrhunderten natürlich meinen wir das ernst zu ne frage nach dir die guten alten kletterkünfte dann bitteschön seika danke so kletterkurs oh mein gott das war so geplant eine kleine schauernagel für euch das allerdings nicht kriegst du den schacht auf mit dem richtigen timing schaff ich es zum schacht wie mit dem richtigen timing wie soll ich das jetzt aufkriegen also die anderen quen sie haben mich erkannt ich sehe aus wie eine eurer ahnen aber ohne eure wahrsage hat wohl niemand hier die ähnlichkeit erkannt die übrigen hier sind seeleute und soldaten natürlich sie sieht gut dabei aus danke wirst du doch früher hier gewesen dann hätte ich vielleicht schon mehr geschafft du bist bestimmt ziemlich wichtig für deinen stamm ich bin als ausgestoßener aufgewachsen das tut mir leid ohne sie bin ich besser dran nachdem was in der siedlung war wäre das bei dir auch so ich gehöre zu den auserwählten ich verlasse nicht einfach das schiff wenn die see einmal rau wird gut gesprochen ich war doch da oben drauf na hör mal ah da ins lang die andere ist einfach runter geplumpst das wollen wir mal vormerken und ist trotzdem über uns nicht schlecht spiel denkt wenigstens auch daran dass wir das vor einem jahr gespielt haben ich bin seit meiner marine zeit nicht mehr so viel geklettert ihr seid im training geklettert das ist wahr sonst wäre man hier ziemlich gearscht dann mal los so jetzt check ich nicht ich muss ja weiter hoch das steht jetzt mal ohne frage da aber schöne abkürzung ich finde einen anderen weg rüber so mein gott kleine kletterpassage und dann werden wir ihn abschalten klingt als hätte der turm noch ein c c ok er hat noch eine maschine erwischt wir müssen ihn stoppen eigentlich ist ein speicherpunkt den haben wir gesehen sind wir natürlich auch warm kann man denn jetzt auch ach ja geschafft das sieht definitiv aus wie etwas das launder bauen würde aber wie stoppen wir das wenn ein teil davon da oben ist sehen wir uns mal um ich würde sagen das kabel durchschneiden aber es geht leider nicht was gefunden vielleicht was denn so was habe ich noch nie gesehen es muss einen weg geben ihn zu stoppen ok ok es könnte eine art zugriffsknoten sein es kommt runter hoffentlich hat dir dieser turm gefallen er ist nur für dich eine klasse eine aufzeichnung von einer erinnerung dass ich dir anders als meine alten kollegen einen schritt voraus bin das sieht nicht gut aus er wird auf uns schießen in deckung er ist wie sollen wir das ding auf ist gerne das ich lenke es ab er ist komisches schwebendes schrubt ding die rüstung ist zu dick vielleicht weiß mein fokus wie man die waffe deaktiviert du kriegst mich nicht hinten ist ein energiekern ich muss da hoch um ihn zu zerstören ok auf nach oben das war krass noch überlegen wie wir das herausfinden die händer ich muss auf den energiekern zielen ich muss weiter nach oben aber wie nimm das was ja das ist wirklich die frage wie ich hier weiter hochkomme wie das ende im gelände ich muss weiter suchen ich muss da hoch lecker und dass die die das die 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 Ja, wie soll ich mir denn einen Weg hoch machen? Liebes Spiel. Ja, stark. Ja, wir springen mal runter und lassen ihn sterben. Oder so. Der Feuerglemmer. Dies und mehr in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. So sehe ich da jetzt erstmal keinen Weg raus. Okay, liebe Leute, dann war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Support uns Kamerad. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.